Ok, lassen wir es einfach weitergehen. Und ich darf mal jetzt erst darauf achten, dass ich nur neun Minuten, äh, acht Minuten für dieses nächste Video verplästere. Pssss. Egal. Egal, das schaffen wir locker. Durch die ganzen Gegner. Was? Der holt ja auch noch vorbei. Das ist ne Toi. Nicht wahr? Das hob verdammt nochmal in Ruhe. Das ist nicht ein Wahnsinn. Oh, ne. Hopp. Ähm. Ja, beschweren. Bitte. 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 Ja, Shiva. Shiva. Gut. Okay. Verwende ich mich. Shiva. Mann. Sorry, Leute. Schiwa. Yay. Meine Shivas. Okay. Wir greifen mal an. Ja, natürlich tun wir das gemeinsam. Das sieht schlimm aus. Egal. Ähm, ja. Mit drei kann man auch alles. Ist das der einzige Gegner? Krass, okay. 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 Boah, bitte ist er jetzt nicht tot. Ich muss, nein, einfach, dass er nicht tot ist. Gut, gut. Autschi. Lass mich doch endlich in Frieden. Mann. Und lass Hope in Ruhe. Immer auf die Kleinen. Das ist nicht nett. Hast du gehört? Ja, wie gut, dass ich gewechselt habe. Gerade noch rechtzeitig, ne? Du Gegner. Verpiss dich. Aus meinem Sichtblick. Snow, heil uns. Äh, Snow. Genau. Hope, bitte. Sorry. Mann. Menno. Nein. Heil dich selber, Hope. Heil dich einfach, Hope. Dank nochmal selber. Nicht immer nur mich. Okay. Okay. Angreif. Verschwind. Verschwind von meiner Bildfläche. Yay. Schock, 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 schock. Oh, Mann, Snow. Wie schwach bist du? Gut. Gut. Mann. Trinkt man ja. Kopfschicht aus. Egal. Das Territorium. Da werden wir ihn noch ein bisschen aufstocken. Es ist echt nicht zum Kopf, so etwas zu halten. Uff. Gut. Oh, da hinten ist nichts. Da hinten ist wirklich nichts. Schade. Schade, schade, schade. Machen Lade. Haha, das war so klar. Das war so klar. Typisch für Final Fantasy. In jeder Ecke steckt sich was. Was das alles ist? Keine Ahnung. Ähm, Karte. Okay. Ich kann auch speichern, bevor Filmsequenz kommt. Gut. Ich glaube, wir sind almost da. Benutzen, speichern. Aber dann mache ich einfach hier einen Schnitt und egal, ob es dann so kurz gedauert hat, tut mir leid. Aber es muss sein, weil es sonst muss ich echt umgelegen, wie es die Zeit schon gut hier aussieht. Okay. Gehen wir noch. Okay, gut. Nichts Neues. Gut, dann. Ich gehe jetzt weiter im nächsten Teil. Bis dann. Ich gehe jetzt weiter im nächsten Teil.